Was geht ab liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMMA. Die Kämpfer, die unter dem Banner One Championship antreten, müssen zwar immer noch auf die Waage gehen und eine bestimmte Zahl an Gewicht erreichen, wie beispielsweise Roberto Soldic an diesem Wochenende 84 kg, aber dramatische Schwankungen des Körpergewichts verstoßen gegen die Regeln bei One FC und führen zur automatischen Absage des Kampfes. Grund für die Einführung dieser bestimmten Regelung ist, weil ein Kämpfer bei One durch das Weightcutten gestorben ist. Daraufhin wurde ein sogenannter Hydration Test eingeführt, um zu prüfen, dass die Kämpfer nicht so harte und so brutale Weightcuts hinlegen müssen, die möglicherweise auch zum Tode führen können. Und damit wirken sie der UFC und Bellator beispielsweise extrem entgegen, was One FC auch so einzigartig macht. Was das genau ist und vieles mehr erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Lasst ein Like und ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. 69% von euch haben wir genau nicht abonniert. Tut dies doch gerne und schaut bei ESN mit dem Code NoTime vorbei und gebt richtig Gas, um mich zu supporten. Wir verwenden den Begriff Weightcutting nicht, weil es kein Cutting gibt, erklärt ja der Vizepräsident von One Championship. Wir haben ein System entwickelt, wie wir wollen, dass sich unsere Athleten wiegen. Der einzige Weg, wie wir sicherstellen können, dass sie tatsächlich mit dem Gewicht antreten, mit dem sie herumlaufen, ist ein Hydration Test. Wir verwenden ein Gerät, mit dem wir das spezifische Gewicht ihres Urins messen, um festzustellen, wie viel gelöste Stoffe sich in dem Urin befinden. Je mehr gelöste Stoffe man hat, desto dehydrierter ist man natürlich. Die Kämpfer werden während der Fight Week mehrfach auf ihr Gewicht und ihren Wasserhaushalt getestet. Wird die Hydration oder das Gewicht nicht in ausreichendem Maße erreicht, werden zusätzliche Tests am Tag des Kampfes durchgeführt. Somit wird dauerhaft die Sicherheit und wirklich auch die Vorbeugung von möglichen Schlimmenfolgen des Kämpfers abgesichert. Wir erlauben unseren Athleten nicht, dehydriert anzutreten. Aber wenn sie zufällig übergewichtig sind, wenn sie hydriert sind, aber vielleicht ein halbes Pfund zu viel haben oder so etwas, können wir ein Catchweight aushandeln. Wir haben dafür bestimmte Parameter. Sie müssen mindestens 105% des Gewichts ihres Gegners auf die Waage bringen. Das ist eine ganz klare Regelung hier. Das System hält jeden davon ab, eine erhebliche Menge an Gewicht zu cutten und wieder zuzunehmen. Es ist wirklich schwierig, die Athleten dazu zu bringen, diese ganze Mentalität des Abnehmens loszuwerden. Es ist so tief in ihnen verwurzelt, dass es für unsere Branche wirklich sehr problematisch geworden ist. Wir hiermit aber auf jeden Fall deutlich entgegenwirken werden. Roberto Soldic hat ebenfalls diesen Hydration-Test machen müssen und konnte ganz ohne Probleme einen richtig entspannten, wenn nicht sogar den entspanntesten Weightcut seiner Karriere machen, auf 84 Kilogramm, was richtig nice ist. Er kämpft sogar bei 84 Kilogramm, wo er zuletzt auch bei KSW gekämpft hat. Das bedeutet, sein Gegner Murat ist auch genauso auf diesen Weightcut wie Roberto Soldic hingewiesen. Es wird sehr, sehr krass und viele haben gefragt, wo können wir den Fight gucken, wann können wir den Fight gucken. Natürlich bei Amazon Prime. Dafür müsst ihr dann halt eine VPN herstellen für Singapur, für den Bereich, für den asiatischen Raum. Und dann kann man ab 4 Uhr ungefähr die Maincard schauen. Und Roberto Soldic-Kampf findet dann natürlich in diesem Zeitraum ungefähr statt. Heute Nacht, ja, so nicht morgen auf übermorgen, sondern heute Nacht bereits. Also seid dabei, seid aktiv und behaltet meinen Kanal im Auge. Macht die Glocke weg, lasst ein Abo da, um nichts zu verpassen und auch die direkte Reaktion zu diesem Fight. Bis zum nächsten Mal, Freunde, hier bei No Time in May.